Berlin Berlin blieb damals einer untergegangenen Stadt. Berlin hatte etwas von einer archäologischen Stätte. Das Berliner Milieu lernte ich gerade noch im letzten Moment kennen. Und es war dieses Milieu, das mich dort festhielt. Die Mischung aus Kunst, Subkultur, Arbeitern, Flüchtlingen und Träumern gab der Stadt einen unerwarteten Zauber. Es ist seltsam im Herzen einer Station neben einem Ort, an dem alle Möglichkeiten aufeinandertreffen. Und doch nur Gegensätze wahrzunehmen. In Berlin ging es immer um alles oder nichts. Bist du nicht mein Freund, bist du mein Feind. So ging es jahrelang hin und her. Ich bin mitten im betäubenden Geschrei der Feindbilder aufgewachsen. Ständig die totale Zerstörung vor Augen. Und so war auch der erste Anblick Berlins. Ein Blick ins Auge der Wahrheit. Werksbuch wird vom Figur beginnen. Vom Kroens im großen wig Drięcy 100 segeren Auswasser können. Werksbuch wird vom Flüchtling schrei. Dann haben wir ja ein61ittes Leonard geh CAL iPhones. Und wir werken schnell los,Recralando. Als wenn ich einige planeten überlemsen, Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Berliner Milieu